Hallo, diesmal zeige ich euch, wie man diese originelle Frisur ganz schnell und einfach machen kann. Wir nehmen die Haare zu einem Zopf zusammen. Am Ende ziehen wir die Haare nicht ganz durch, sondern lassen wir sie so. Die Haarenden werden mit einem dünnen Haargummi fixiert und dann durchs andere Haargummi durchgezogen. Zum Schluss wird alles mit Haarnadeln festgesteckt. Die Frisur ist fertig. Ganz einfach, nicht wahr? Man kann die Frisur natürlich mit Haaraccessoires eurer Wahl schmücken. Dann ist die Frisur eine schöne Festfrisur. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Tschüss! 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 Tschüss!